Willkommen zu unseren Countdown zu F1 23, heute in F1 2012. Wir sind mit Sebastian Vettel in Monza unterwegs im Königlichen Park und ich würde sagen Rennstrategie, ja eine Runde, also ein Stop ist eh Standard und ja abonniert unbedingt gerne den Channel, kosten uns lasst gerne irgendwie um den Tag. Gestern waren wir schon in einem sehr drunter und drüber Rennen in Belgien mit einerseits Kim Räikkönen und andererseits Jameson Button unterwegs. Heute sind wir mit Sebastian unterwegs, den Weltmeister von ja eben 2012. Von der Poach starten wir mit Lewis Hamilton mit seinem noch damals legendären gelb-goldernen Helm und mein Teamkollege hier, das ist die Nummer 2. Vor mir, genau vor mir, nein das ist Romain Grosjean, vor Romain, wo ist denn der Teamkollege? Ich weiß nicht, egal. Los geht's hier mal, unsere Road to Fun, los geht's vom Lens 2012, der Grand Prix von Monza. Alter, Lewis hatte aber einen grottigen Start. Also wirklich sein, ja Rivale, würde ich mal sagen, Rivale von 2016. Ja man, Kimi, Kimi Mercosjean mit dem Eiermanöver. Also der hat da richtig, richtig Kronis gezeigt. Das war stark. Nur jetzt kommen wir außen zurück. Und Lewis, wow, die Pace ist ja unfassbar strong. Die Pace ist ja so strong. Oh mein Gott. Nur aufpassen, ja. Da waren wir eh auf der schlechten Linie. Jetzt sind beide wieder durchgerutscht. James Button jetzt vor mir. Das ist, nein. Warum sind wir in die Kurven rein so schlecht? Das ist wirklich, ich traue mich da auch zu wenig. Ich weiß das. Jetzt muss ich ein bisschen mich sputen. Reifenmischung auf Fett. Und jetzt heißt es angreifen. Die Nummer 1, denn wir waren ja auch schon 11 Weltmeister und 10 Weltmeister. Also hier schon zweifacher Weltmeister. Das war echt gut für Sebastian. Ja, come on. Ja. Es geht wieder los wie in Italien. Ja, wie in Spa. Das Auto gut. Meine Skills eher mittelmäßig. Aber die Konkurrenz hier hilft natürlich nicht. So. Raus hier. Aus Ascari. Es fehlen ja jetzt schon 1,8 Sekunden. Die holen wir, denke ich mal, auf der geraden sowieso auf. Mir fehlt echt das Force Feedback hier an dieser Strecke. Denn den hätte ich eh so gehoben. Jetzt hier der Windschatten-Effekt. Zack. Gehen wir nach innen. Purple im ersten Sektor. Das gefällt mir. Äh, nein. Es ist wirklich so mühsam. Du hast kein Gefühl. 90.000 waren wir da, knapp nur hinten. Jetzt sind es vermutlich wieder 2 Sekunden. Es ist wirklich ein Wahnsinn. Es tut mir leid, Bro. Aber ich glaube, da sieht kein Schaden an. Strafe X1. Für was dann bitte? 30? Hey, ich will wissen, wie groß die Strafe dann ist. 10 Sekunden. Ja, ich glaube, da hatten wir den Crash dann. Egal. Die fahren wir raus. Die fahren da raus. Wie gehen wir raus? X? Y? Ich glaube, die 10 Sekunden, die schaffen wir rauszufahren. Es ist Galgen-Humor leider. Es ist leider Galgen-Humor. Wieder zu spät auf der Bremse. Was ist das denn? Du drehst dich weg. Wie weiß ich nicht was. Das ist einfach so abnormal. Dieses Handling. Das Schadensmodell. Und vom... Das Strafmodell. Ich weiß nicht, wer sich diese Dreckstrafen ausgedacht hat. Aber 10 Sekunden für einen... Ja, für eine Unsafe Release. Die hat nicht mal Vettel damals bekommen. Und der hat 3 Leute da irgendwie das Rennen gekostet. Es ist wirklich... Es ist grotig. Es gefällt mir einfach nicht. Und ich hasse das Game. Mann. Meine ganze Erinnerung. Ich habe es auch vorher im letzten Video als bestes Game aller Zeiten betitelt. Und jetzt ist es einfach, als ob es ein Albtraum wäre, dieses Game zu spielen. Ja, es sind immerhin nur 1,8 Sekunden. Ja, plus das Differenzial zwischen Hamilton und Rosberg. Von dem ersten Platz weg. Aber ich glaube, die 10 Sekunden werden mich nicht schaffen, vorauszufahren. Ja, Nico. Bro, der rollt ja in Turn 1. So, jetzt sind wir immer im zweiten Platz. Da vor uns ist Luis. Und wenn wir es einmal hinbekommen würden, oder ein, zwei Runden hinbekommen würden, schöne Runden zu fahren. Unsere Pace ist ja unfassbar strong. Nur, ja, sind es halt dann wirklich die Fehler in den Kurven, die dann den Unterschied machen. Track Limits sind eh nicht so das Thema. Ja, der fährt mit Luis hier. Macht Spaß. Kostet leider Zeit. Ja, und wieder Kiesbett. Es ist einfach, Ascari 2 ist wirklich wie wenn man blind fährt. Es ist wie wenn ich die Augen zu hätte, denn es ist so schwierig, da generell ja eine Linie zu finden. Es ist trotzdem wieder im zweiten Sektor, das glaube ich nicht. Kurve abkürzen. Ja, das habe ich verdient. Ich konnte, ich musste mich hier retten irgendwie. Wir kommen okay mit. Irgendwas blinkt da unten die ganze Zeit. Weiß nicht, was das sein soll. Und der Start- und Zieltag, da machen wir sowieso die meiste Zeit gut. Gerade so Turn 1, denn da ist die KI wirklich langsam. Also ich fahre auch schon die ganze Zeit mit Fett, gell? Ja, wir sind noch immer noch drei Runden, okay. Das ist lila. Ja. Ja, ja. Hey, Luis wird hier wieder verdammt früh bremsen, ja. Fett, das schnellste Rennrunde. Obwohl wir hier diesen Dreh, also diesen Kiesbett-Moment hatten, haben wir trotzdem... Nein, es ist 29.9. Es ist 10 Sekunden langsam als die jetzige Zeit hier. Konnten wir es trotzdem irgendwie schaffen, die schnellste Rennrunde rauszuholen. Es ist die vierte von 13 Runden und es fühlt sich toll an, hier zu fahren. Auch wenn wir hier diese... Auch wenn wir hier diese Strafe einbüßen mussten, finde ich, ist es ehrlich gesagt, ja, ein tolles Spiel. Nur, es ist halt wie bei allen Spielen, es braucht Zeit, bis man sich an das Handling gewöhnt hat. Hier früher bremsen, das ist mir jetzt auch schon aufgefallen. Ja, das war toll. Das war sehr gut. Das gefällt mir gut. Yes man, Reifenverschleiß ist. Jetzt geht's rein, Boxenstopp blinkt uns auf. Funk oder so, gibt's ja noch keinen. Das ist die versetzte Cam. Probier mal die halt mal, ist doch egal, oder? So. Auffall, wie auf jeden Fall. Ah doch, ist sie da. Ähm, ja, gehen wir mal rein. Boxenstopp, glaub ich, kann sie vollgas reinfahren, oder? Ja. Die Kameraperspektive liebe ich. Die sehe ich auch sehr, sehr, sehr schön. Und hier, gut gemacht, sehr, sehr toll. War clean. Fuh, kennt man das von Red Bull. Vielleicht heutzutage einen Ticken schneller. Mit schwereren Treffen. Aber sonst ist es gut. Luis war auch drin. Glaub ich, oder? Das sehe ich nicht ganz. Auch irgendwie nach. Wer war noch drinnen? Keiner. Oder doch alle, oder? Wir haben das gar nicht angezeigt. Oh. Enorm. Ein enormer Bums war das in China. Das sind ja wieder weiß. Muss ich noch mal in die Box? Nein. Zweimal weiß? Position nachs Topfünfter Platz. Würde mir gefallen. Ja. Es ist ein Wahnsinn. Die sind ja schlimmer wie die Weichen. Äh, wie die Weißen. Ich weiß nicht, was das ist, aber die... So, na. Teil 1 geschafft. Drei Runden nach dieser noch. Schmini-Nurik. Der linke Vorderreifen wieder im Kiesbett drin. Jetzt wird es halt wieder schwierig, die Kurve hier irgendwie normal zu treffen. Auch wenn du neben die Strecke kommst, du sammelst direkt irgendwie Dreck auf. Das ist so ein bisschen ein Bug von dem Game. Einen Zehntel werden wir aktuell vor Lewis Hamilton. Also wir haben es geschafft, uns wieder immerhin in das Zehn-Sekunden-Fenster rauszufahren. Also dieses Auto fühlt sich auch wirklich an wie ein Cheat. Das ist wirklich toll. Toll zu fahren, dieser Red Bull. Er ist nur mit diesem Handling, es ist echt schwierig, muss ich sagen. Jetzt raus hier. Und da ist auch die zehnte Runde geschafft. 49.000 werden wir jetzt aktuell vor Hamilton. Letzte Kurve, nur nicht wieder zu spät bremsen. Jo, das sieht wieder gut aus. Das sieht gut aus. Kannst du dir leider keine Fehler erlauben. Es ist wirklich so unfassbar knapp zwischen mir und... Ja, ich glaube, jetzt gibt es aber nicht drauf, oder? Traf X2. Zehn. Bei zehn Sekunden ist... ...zwanzig Sekunden. Wie soll ich die Gap jemals in zwei Runden rausfahren? Mit Reifen, die Betonreifen. Es ist Sek-Giants-Purple. Aber ist auch klar, ich meine, ich habe die ganze erste Kurve abgekürzt. Ach man, das war sehr dumm. Das war sehr dumm. Eventuell können wir da noch rufen. Never in my life schaffen, in zwei Runden zehn Sekunden rauszufahren. Eventuell können wir noch auf dritten Platz gehen. Ach man, das ist echt schade. Das war sehr blöd von mir. Es sind 14 zu Nico. Aber Nico ist ja schon der dritte Platz. Also ich müsste wissen, wie viel der vierte weg ist. Ja, ich glaube auch mal, dass wir die schnellste Rennrunde hier nicht behalten dürfen, wenn wir die nochmal schlagen würden, weil das wäre ja unfair. Er hat 11,2 Sekunden. Eigentlich ist mir Luis jetzt schon egal, denn der hat sowieso schon den Sieg bekommen. Interessant ist halt noch, wie weit ich zum vierten habe. Ich weiß nicht genau, wer das ist. Aber das wäre sehr interessant. Da ist aber ein langes Loch. Also das könnte nochmal so um die fünf Sekunden sein. Es wäre die schnellste Rennrunde gewesen. 5,6 Sekunden schneller. Aber ja, ist ja klar. Wir werden probieren hier. Ja, wir werden so tun, als ob wir die erste Gruppe fahren wollen. Und kürzen dann ab. Ja. Strafix 3. Gut, das war mit Vorsatz, würde ich sagen. Das habe ich verdient. Noch mal 10. 10 Sekunden für einmal abkürzen. Das finde ich schon sehr, 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 sehr assoziiert. Mann, das war so dumm. Das war so dumm von mir. Egal. Ja. Und nochmal verbremst. Ja. Und eingedreht auch noch. Ja, schenkt doch gleich Luis den Sieg, bitte. Jetzt ist sowieso vorbei. Jetzt war es das. Denn dieser Dreh hat sicher 10 Sekunden gekostet. Oder 5 oder 6. Es waren sogar 14 zu einmal. Mann. Das waren 17 Sekunden schon gewesen. Ja, gut. Ohne den Abkürzer. Mann. Immer in der letzten Runde verkack ich sie, Idiot. Es ist... Ich haus. Ich haus. Ich haus. Ja, ich glaube, das war's. Schade. Schade. Ich habe den ganzen schönen Vorsprung weggeworfen. Ich habe... Es ist traurig. Oh, es ist so traurig. Ja, let's take over. Es ist alles vorbei. Offerrides 12. Wieder ohne Podium abgeschlossen. Also wenn ich... ...ver Glück kriegen kann. Schade. 15. Platz. Jo. Ich habe es ein bisschen weggeworfen, aber ist auch meine Schuldigen. Abonniert gerne den Channel, dass das nicht so verpasst. Lasst euch gerne eine Erinnerung da. Aber ich würde auch gerne endlich mal wieder am Podium landen. 30 Sekunden. Aber auch den Ricardo hat er 10 Sekunden bekommen. Also 15. Platz. Dann gehen wir morgen vorbei. Dann gehen wir ins legendäre Formel 1 2013. Hoffentlich wird es dann ein bisschen besser. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zugehören. Schaut gerne auf TikTok vorbei. Und ciao. Bis zum nächsten Mal.